Hallo und willkommen zurück zum weiteren Part von Assassin's Creed. Unity, Dead Kings. Ich musste gerade mal ordnen, was ich zuerst sagen muss. Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Mission und hier sind noch Kisten. Wie viele Kisten gibt es hier in diesem Gebiet noch? Vier. Ich sehe nur drei. Nein, im Laufe der Story werden wahrscheinlich noch ein paar Kisten freigeschaltet, die man auf der Karte sieht. Es ist ja irgendwie immer so, dass man die Kisten erst am Schluss sieht, die neuen und so. Und wo sie eigentlich von Anfang an erreichbar sind. Aber wahrscheinlich sind die ja später zu sehen auf der Karte oder müssen noch freigeschaltet werden auf der Karte. Ich verstehe es nicht. Na komm. Die Haut des Königs. Friedhöfe sind nicht die... sind eine nicht versiegende Materialquelle. Okay. Arnaud! Heilige Bibel. Und jetzt wieder hier weg. Das hat gesessen. Oh nein, ich helfe dir jetzt nicht. Auch wenn das Viehknete gibt, nachdem wir 55 dieser Dinger erledigt haben oder... Aber für die Platine habe ich ja schon alles erreicht. Und für Dead Kings gibt es ja keine Platine jetzt mehr. Sondern nur ein paar solche Trophäen. Wer auf 100% steht, der macht natürlich auch Dead Kings 100%, ist klar. Muss mal schauen, ob ich vielleicht 100% mache. Jetzt klettere ich ums Haus nur, um da hinzukommen. Serious! Kommst du an diesem Balkon da nicht runter? Also an diesem Blumenkasten nicht vorbei. Das hat er gar nicht mal angezeigt. Das hat er gar nicht mal angezeigt. da bist du ja dabei war das umsonst die gegner so jetzt es fühlt sich warm an dieses buch ist in menschenhaut gebunden ich muss das ist menschenhaut das ist buch ist aus menschenhaut bacharisch Das ist echt... Bücher des Menschen. Bekomme ich bestimmt seine... Rüstung? Ich weiß es nicht, was ich von dem bekomme. Ich muss ihn fangen. Das Blink-Night Slime-Splund. Das Blink-Night Slime-Splund. Ich hätte ihn ja fast getötet. Für den ist es schon zu spät. Das Blink-Night Slime-Splund. 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 Ist das dein Eons? Ja, du! Das Blink-Night Slime-Splund. Oh, shit. Die heiße Luft lässt es nicht schmelzen. Sieht doch einmal an und ich teutsche dich. Aha. Endlich zeigst du dein wahres Gesicht. Dieses Licht. Es soll jetzt für dich. Das ist dein Ende. Dein Blut ist mein Gewinn. Du kannst mich nicht töten. Die Linke ist doch nicht böse. Du auch nicht. Ich habe denen ein bisschen beim Gespräch zugehört. Deswegen habe ich nicht so wirklich was gesagt. Ah, hier komme ich ja mit was anderem hoch. Äh, runter meine ich. Ja, ich weiß, dass meine Truhe voll ist. Ich weiß, dass auch meine Lampe unhoffbar geworden ist. Warum auch immer ich sie, äh, füllen muss dafür. Nur weil es unhoffbar geworden ist. Warum würde ich eine neue Lampe holen? 嫌. Hä, weis。 Häh, wir petit, okay. Holger, der Platz noch mal? Wer denn jetzt noch Erfahrungen lohnt? Wer hat es Tief in der Katastczuk? Zwei von 13 in diesem Bezirk? Really? Really? Stimmt, hier war ich noch nie. Now I get it. Nee, das ist doch nicht etwa ne Leichen. Das sind zwei Leichen. Ah, scheiß Gerbera. Ich werde dich binden. Bindet Mitleid in eurem Herzen. Okay, okay? Okay. 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 Okay, okay. Was habe ich jetzt bekommen? Ich weiß es nicht. Nein, ihr habt mit ihm zusammengearbeitet. Ich verschone niemanden so. Das war ernsthaft, die haben aus Menschen Bücher gemacht. Nein, ihr habt mit ihm. Du wirst nicht gekommen. Ich leere deine Erle. Lass es nicht, lass es nicht. Lass es nicht. Lass es nicht. Lass es nicht. Lass die Taschen mir. Lass es mir. Ja, bitte! Du bist so ein Krieg! Und... Stimmt! Du bist so ein Krieg! Den Untergrund finde ich aber cool. Erinnert mich so ein bisschen an... Welches Spiel war das, was einen Untergrund hatte? War das etwa bei Revelation? Könnte sogar sein. Ah, da ist ein Art Fakt. Aber nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Also erstmal öffne ich diese Kiste. Ach! Viel zu lange gewartet. Was ist das denn? Oh! Oh! Ach, was ist das denn? Wie, was ist das denn? Stell dich! Was ist das denn? Oh! Ah! Ah! Ich kann meine Morte! Du Schmerz! Ah! 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 Nicht du, warte! Lass mich! Ich glaube nicht, dass ich von da aus dann Ja, wir erkunden noch ein bisschen hier den Tunnel. Die machen wir so für den Rest des Parts. Bisschen Tunnel-Erkundung. Moment mal, ich bin hier falsch. Okay, dann komme ich wahrscheinlich doch von der anderen Seite entlang. Ja? Ja. 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 ich habe nichts kommt her Feigenratten. Okay, wenn ihr abbauen wollt. Dann haut halt ab. Ah, das ist der Baum, oder? so und jetzt haut ab komm oh ihr wart zu langsamer wuhuhuhu ok Ah! Es sind so viele, die hätten eine Chance gegen mich und nur weil der Anführer tot ist, zau uns ab. Doch ist ja schön. Was bewachen die hier? Was kaufen die hier? Bist du bereit? Bist du bereit? Halt! Bist du bereit? Bist du bereit? Wir sind noch... Ach... Alter! Haha! Hätte ich beinahe schon wieder zu lang gewartet. Hä, was für... Wer bist du? Ich schlage dich mittendurch! Ich hab' nicht geträumt! Ich schlag' dir den Kopf ab! Wo kommt ihr denn jetzt her? Die spawnen einfach! Okay. Ich denke mal, den Part werde ich so langsam mal beenden. Erstmal, wenn ich... Ich guck' nochmal, ob ich da irgendwie so rankomme. Oh ja! Die Tür komm' ich rein. Okay. Dann haben wir hier zwei Kisten. Ach komm, die öffne ich noch. Dann melde ich den Part. Und dann widmen wir uns wieder der Hauptsorion. Ich guck' mich hier trotzdem noch ein bisschen um. Und... Wenn ich was entdecken sollte, was Interessantes... Sind da? Montur... Uh! Und was haben wir hier? 10.000! Juri! Alles klar! Gibt's hier sonst noch was zu entdecken? Naja, hier gibt's bestimmt noch ein paar Kisten. Besonders diese Sachen da. Na gut. Die sind... Für was anderes. Auf jeden Fall, hier ist noch ein Artefakt. Was ich unbedingt haben will. Ich denke mal, ich geh' suchen. So wie die vier anderen Kisten. Müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Euer Zwinita. Bye, bye!